So, herzlich willkommen. Bei mir ist jetzt Benji, Fußballer, YouTuber und erfolgreicher Straßenkicker bei Boss Vienna. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Gerne. Du bist jetzt am Samstag bei der Videocon mit dabei, mit Boss Vienna. Ich habe gehört, das ist die größte Convention Österreichs und ihr habt ca. 47 YouTuber Österreichs, Deutschlands und aus der Schweiz haben sich schon angekündigt. Was kann uns da oder was erwartet uns da? Ja, also YouTube, Spaß und Fans sind die drei Worte, die ich jedem ans Herzen legen würde. Und auf videocon.at gibt es noch immer Karten, man kann noch immer einkaufen und dann würde ich sagen, wir sehen uns vor Ort. Wer wird alles mit dabei sein? Kannst du uns schon ein paar Namen verraten? Ja, es wird unter anderem Joanna mit ihren Cute Lifehacks dabei sein, auch eine Performance auf der Bühne abliefern. Es wird Anita Ableidinger mit ihren Pferdeposts in YouTube dabei sein. Und auch Vieh wird dabei sein. Der hat auch eine Live-Performance auf der Bühne der Beatboxer, den man aus Supertalent kennt. Und es ist eine gute Möglichkeit für Fans und auch für mich zum Beispiel bei Boss Vienna andere YouTuber kennenzulernen. Und deswegen würde ich jedem raten, dort hinzukommen. diequéará Architektur? Und dann geht's auch immer zu